Ich bin mir unsicher. Also, weil LeCardot von da ein Licht hat und wäre. Weil du halt voll... Ja, du auch. Ja, ich auch. Okay, eine Softbox da. Ganz! Kann vielleicht zu doll nah sein? Zu doll nah. Zu doll nah. Obwohl, das geht, verhältlich. Da. Kannst... Nee, du kannst auch mit dem... Was hast du noch? Hörst du zu? Nee, nimm's. Nimm's, nimm's. Nimm's noch. Naja, es gibt auch meistens Sünder mit so Grillgenüse oder so. Es gibt noch Veggie-Dinner. Ja, stimmt. Wenn es da Veggie-Dinner gibt, kann ich da auch nicht bestellen. Mal gucken. Na, hallo. Noch ein Erfenbrich. Das war schwierig. Wischen! Mal abwischen. Wollen wir mal Intro machen? Intro. Das hatte ich noch nie, glaube ich, dass... Das ist ein Lichertregen, verklotzt mal jemand. Guckt in die Kamera. Ich werde euch die Community angucken. Das ist ne coole... Das ist ja... Das ist ja voll auch coole. Ja. Jawohl. Die heutige Challenge ist... Schmeckles! Schmeckles! Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Julian aka Eure2go. Und heute haben wir das Video Schmeckles. Also wieder eine neue Challenge. Ist ja Julian und Challenge. Und... Ja. Also wie es dein Name ist. Oder wie ihr es vielleicht auf dem Tisch schon sehen könnt. Haben wir hier Getränke von der lieben Doro bekommen. Also ihr wisst nicht, was drin ist. Willst du Hallo sagen? Hallo! Okay. Und die sind jetzt nummeriert. Und wir haben hier einfach Zettel und Stift. Und werden dann aufschreiben, was wir denken, was es ist. Und das ist eigentlich auch schon das Spiel erklärt. Und... Ja. Dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Viel Spaß! 1... 2... 3... Okay. Wir fangen heute mit Getränk 1 an. Und jeder von uns hat 30 Sekunden Zeit, das zu erschmecken. 3... 2... 1... Los! Oh, das ist lecker! Ah, was ist das? Ich muss ausdrücken. 3... 2... 1... Stopp! Du musst das löschen. 5... Oh, ne. 3... 2... 1... Scheiße! Ja! Also ich kenn's von früher. Das kam bei dir natürlich. Ah! Schande! Kannst du noch ändern, Schatz? Oder mal? Wie das hier ist. Okay. Getränk Nummer 3. 3... 2... 1... Stopp! Das ist jetzt ganz komisch auf einmal. Oh! Das ist süß! Ja! Das ist ganz komisch. Oh! Oh! Getränk Nummer 4! Beginne ich auch! Oh! Ich hab mir was gesagt! Was ist das? 3... 2... 1... Stopp! Mmmh! Nicht sofort! Ich mag das auch nicht! Ich hasse das! Ja, du trinkst das mal aus hier, oder? Guckst du eins noch? Nee! In die nächste Runde! 3... 2... 1... Start! Das kennst du auch? Ja, natürlich! Ich kenn das auch nicht! Aber das ist süß! Ach, warte mal! Da ist ein Stückchen dran! Ich kenn den Geschmack! Das ist ja auch! Ich hab's eigentlich immer so gut in... Halt! Oh, das ist besser! Komm, dann geht's wieder alles kaufst du das öfter? Nee! 1... Ja! 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 Komm, dann geht's noch um mit dem... Ah! So! Letztes Getränngelieben! Okay. Habt ihr die auch eigentlich schon? Nee, die haben wir noch nie alles gebraucht... Ach so! Vorletztes Getränngelieben! Start in 3, 2, 1. Hast du schon? Ne. Lecker. Ich glaube, das kann man trinken. Start! Das ist ein ganz normaler Saft. Ach echt, das gibt es nicht Saft? Vielleicht hast du jetzt irgendwo abgegossen. By the way, ne? Wir haben hier nichts gemacht, nur die Kamera aufgestellt. Nur kommt die Softbox hin. Und das ist mein Video noch. Und Doro muss da einkaufen gehen. Und alles vorbereiten. 3, 2, 1. Start! Die Frau Jobs, erstmal bitte kurz. Mach was im Wild. Da ist ja nichts mehr drin. Trink ihr da schon. Trinkt ihr Eis, die war lecker. Okay, wir sind fertig. Und jetzt kommt die Aussage mit Doro. Wir werden jetzt nacheinander sagen, was wir denken, was in den Gläsern war. Okay, fangen wir an. Okay, bei der 1. Habe ich gesagt, Erdbeer saft. Ich bin Rhabarbersaft gegangen. Erdbeer ist richtig. Das ist Rhabarber. Richtig. Bei der 2. Hast du da? Kunder Tee. Okay. Ach. Jetzt haben wir jetzt Saft. Oranen. Das weiß Powerade von früher. Ah! Powerade! Das ist glaube... Ja, richtig! Ach, das war das. Krass. Ich habe das Fröhre verarscht gelesen. Warum? Rhabarber. Du kriegst richtig seitens was an. Okay, was hast du denn bei 4? 400 Euro. Da habe ich eine Mischung zwischen Erdbeer-Rhabarber. Ach, du wusstest es auch nicht. Ich habe da auch irgendein Magnesiumwasser. Das ist Rhabarber. Tatsächlich. Das ist Rhabarber. Das ist Rhabarber. Ja. Ja. Zählt Erdbeer-Rhabarber, wenn er 1. Oder mach mal 0,5. Mach mal 0,5. Vielleicht nehmen wir das später. Ja, genau. Ich mag Rhabarber. Die 5. Red Bull. Nee, so ist es schwer. Nee. Es ist so ekel. Ich habe wirklich... Ich habe fast nur gerochen. Also Red Bull ist richtig. Ich mache keine Anzumarke. Aber es ist Energy. Ja. Ja. Einfach alles wie Red Bull. Nein, außer meine Energy. Ich habe Stücke trinken. Stücke trinken. Stücke trinken. Hallo, ja. Ach. Du sagst es nur. Du sagst nur bei 7. Und jetzt ist es ein bisschen. Orange ist es. Ich habe Stücke. Richtig. Ja. 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 妳 weiß nicht. Ja. Das ist so eklig. Ja. Ja. Das ist, wo ich erst prima probieren. Ja. Es ist ja problematisch. Ich hab Wolle. Hey, guck! Hey, guck! Hey, was guckst du? Ich hab sieben richtig. Ich hab acht. Hast du nicht? Du hast viel zu viel durchstrichen. So, das war's mit dem Video. Ich hab gewonnen. Wolltest du noch mal sagen? Es gibt doch nicht mehr als Kressen, aber warum? Hey, die sind echt geil. Die gräben übel an den Zähnen. Ich hab zu schnell erfordern. YouTube hat dieses Ergebnis. Habt ihr irgendwas gesagt? Ja. Was darf ich dir nicht sagen? Okay. Ach so. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mit Julian mal wieder. Ihr könnt auch gerne mal bei seinem Kanal vorbeischauen. Er heißt Only2Go-Set unten verlinken und irgendwo hier unten bestimmt. Da werde ich das irgendwo einbauen. Und da haben wir auch ein Challenge gedreht, aber die ist schon ein paar Wochen her. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ich guck mir das so... Wie so ein Psycho. Große Augen machen und... Und du? Das ist falsch. Das hat keine... Dings mehr. Ach so. Soll ich eigentlich mal Pause drücken bei deinem Gerät? Ach so. Ja. Okay, mach ich. Jetzt mach ich gar nicht. Okay. Das ist gut. In der Hülle? Ja. Okay. Ja. 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 Ja.